Um die Anforderungen unserer Kunden erfüllen zu können, gehen wir den Weg und werden einen zweiten zusätzlichen großen vollautomatisierten Logistikstandort hier in Gelsenkirchen errichten. Das AKL, das automatische Kleinteilelager, die Fördertechnikbühne und auch eine große Verschieberegalanlage planen wir mit SSI Schäfer. Mein Name ist Felix Wortmann, ich bin der Gesamtprojektleiter für den zweiten großen Logistikstandort der Bielstein Group, hier das Bielstein Group Logistikzentrum in Gelsenkirchen. Generell ist das Ziel, unsere Prozesse stetig zu optimieren und zu verbessern. Wir haben Schäfer da stets als Projektpartner empfunden, der auf Augenhöhe mit uns arbeitet, mit dem man auch kontrovers Lösungsmöglichkeiten diskutieren und abstimmen kann und langfristig für uns auch ein strategischer Partner ist. Wir haben ja in der Vergangenheit schon diverse Projekte mit SSI Schäfer realisiert und haben Schäfer da immer als starken und verlässlichen Partner kennengelernt.